Hallo alle zusammen, ich bin Sunny aus Düsseldorf, bin Stylistin und nachdem ich mir sehr, sehr, sehr viele Zahnärzte in der Türkei angesehen habe, habe ich mich letztendlich für Magic Smile entschieden. Wie es dazu kam und was ich gefühlt habe, als ich hier hinkam, folgendes. Ich bin das erste Mal in Antalya, bin hier gelandet, wurde unfassbar schön empfangen. Alle waren super freundlich, ich habe ein tolles Hotel bekommen, also unbeschreiblich. Meine Zähne, nun ja, die waren anfangs nicht wirklich schön, Frontal ja, aber mit einigen Problemen, wie sehr viele von euch eigentlich haben. Und wir sind dann am ersten Tag in die Klinik gefahren, welche super modern, sehr sauber, klar ist, unbeschreiblich. Ich wurde den beiden Memmets vorgestellt, die Eigentümer, die Gründer, sehr freundlich, sehr kompetent, haben mir alles bis ins kleinste Detail erklärt, haben mir ein Stück weit die Angst genommen und ich bin hier geblieben. Wir haben angefangen mit dem Abschleifen und den ganzen Vorbereitungen. Ich habe keinen Schmerz gespürt, nach einigen Minuten wurde ich locker, hatte keine Angst mehr, was ein Wunder war. Und ja, ich kam insgesamt dreimal hier rein und habe das tolle Ergebnis hier. Ich kann es nur wärmstens empfehlen, auch für Angstpatienten. Die Jungs sind super, die kümmern sich, die machen und ja, das war es meinerseits. Das war es für Sie. Untertitelung des ZDF, 2020